Oh, fuck. Sag mal, wenn er nach dem Weg fragen wollt, macht schon mal zehn Mäuse locker. Geil. Ich glaub kaum, dass wir das brauchen. Kripo. Oh. Mach mal die Musik leiser. Na, wird's weit. Was verschafft uns denn die Ehre? Heute Morgen sind hier im Wald zwei Jungs gestorben. Und zwar in einer Handgranatenexplosion. Die beiden waren gerade mal 14 und 16 Jahre alt. Ja, und? So, jetzt schiebt man nicht so eine Welle. Die beiden Jungs hatten die Handgranate aus einem Versteck, in dem wahrscheinlich noch mehr Waffen waren. Und wir wollen jetzt wissen, wer dieses Versteck ausgehoben hat. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung? Sie sind doch vorgestraft wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Und wir wissen, dass sie immer noch illegal paramilitärische Übungen durchführen. Also, was ist mit dem Versteck? Ne, davon wissen wir nichts. Haben wir euch schon gesagt, okay? Aha. Dann erzählen Sie uns doch bitte mal, wo Sie heute Morgen waren. Und zwar vor 11 Uhr. Arbeiten. Ach, ihr arbeitet, ja? Alle drei? Jawohl, Herr Kommissar. Und wo, bitteschön? Auf dem Bauernhof meine. Und jetzt haut ab, Mann. Wir wollen unsere Ruhe haben. Pff, solche Idioten. Ja, echt komisch, diese Militärfreaks. Weil wenn sie wirklich bei der Arbeit waren, können sie die Waffen nicht weggeschafft haben. Überprüfst du gleich die Alibis? Ja, mache ich, klar. Wenn die Telefonnummer dann stimmt von ihrem Arbeitgeber, die sie uns gegeben haben. Das will ich ja wohl mal stark hoffen. Bitte, hallo? Ja, hi, ich bin's. Was gibt's, Michael? Also, die Kollegen haben die restlichen Waffen gefunden, die vermutlich in diesem Versteck waren. Ja, und wo? Ganz in der Nähe vom Tatort. Da ist so eine Brückenruine. Jemand hat versucht, das Zeug dort notdürftig zu verstecken. Die Kollegen sind gerade dabei, alles zu bergen. Alles klar, wir sind in der Nähe. Dann fahren wir gleich mal hin. Alles klar, bis dann. Ciao. 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 Was ist das für ein Modell? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das müssen wir erst untersuchen. Wahrscheinlich haben sich die Jungs mit genau so einem Ding in die Luft gejagt. Möglicherweise. Das sind ja wahrscheinlich die Waffen aus dem Waldversteck. Ja. Aber ist das Zeug so wertvoll, dass das jemand im Wald vergräbt? Vielleicht, um es zu testen. Die sind ja alle noch funktionstüchtig. Dann hoffe ich mal, dass der oder die Täter Spuren hinterlassen haben. Möglicherweise, ja. Alex, ich habe die Alibis von diesen Militärfreaks überprüft. Und? Nur zwei waren auf dem Bauernhof und haben gearbeitet. Der Dritte hat unentschuldig gefehlt. Welcher? Björn Laue. Der vorlauteste von allen. Und der mit dem längsten Vorstrafminister. Ich lasse mich doch von euch nicht verarschen, Mann. Ich kenne meine Rechte, ja? Sie wissen ganz genau, weshalb Sie hier sind. Ja, dieser blöde Bauernarsch hat mein Alibi kaputt gemacht. Aber den kriege ich auch noch. Sie machen gar nichts. Wir behalten Sie im Auge, verstanden? Ist das der Mistkerl, der mit den Waffen? Was machen Sie denn hier? Ich wollte nur wissen, ob es das Neues gibt. Und anscheinend haben Sie den Mörder meiner Jungs ja erwischt. Sag mal, geht's noch, oder was? Hey, 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 ganz ruhig bleiben, ja? Sie, Sie haben meine Kinder auf dem Gewissen. Hören Sie, das bringt nichts. Von wegen. Ich war hier nur für eine Befragung, ja? Und soweit ich weiß, haben sich die Kinder selbst in die Luft gejagt. Es ist doch nicht meine Schuld, dass Ihre Belgier nicht wissen, was sie machen, ey. Es reicht doch nicht. Es ist Arschloch. Hey, raus. Ich habe genug von Ihnen. Raus. Und halten Sie die Füße still. Sonst kriegen wir Ärger, das verspreche ich Ihnen. Ja, ist ja gut, Mann. Raus. Lass halt Folgen an, du Arschloch. Herr Behler, Füße still halten, galt auch für Sie. Sie lassen den Mörder meiner Jungs einfach laufen? Herr Behler, ganz ruhig. Wir haben noch keine Beweise gegen den Mann. Noch nicht. Morgen liegen die Ergebnisse des DNA-Abgleichs vor. Dann wissen wir mehr. Morgen? Dann ist es zu spät. Moment. Herr Behler, Sie bleiben jetzt ganz ruhig und warten bis morgen ab. Wir werden Sie sofort anrufen, sobald wir Bescheid wissen, okay? Morgen. Na klar, dann ist er längst auf alle Berge. So ein Mist. Das war fällig, aber wie hier. Hey, Björn. Hey, Mann. Hey, Jungs. Hast du die verarscht? Na klar, kennst du mich doch weiter. Jawohl, jawohl, aber. Pass auf, Mann. Naja. Wir waren noch nicht fertig. Wenn du nicht sofort eine Fliege machst, dann setzt das was, Junge. Sag mal, sitzt du auf deinen Ohren oder kannst du nicht mehr sprechen, seitdem deine Belgier da tot sind, oder was? Hey. 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 Hey, Alter. Mann, was ist los? Ey, mach keinen Scheiß. Das ist schon mal. Hey. Schlechte Neuigkeiten. Das war gerade das Krankenhaus. Der Mann, den Sie niedergestochen haben, ist vor wenigen Minuten verstorben. Für mich eine gute Nachricht. Jetzt hören Sie mal zu. Sie sind Rechtsanwalt. Ja. Sie wissen, was das für Sie bedeutet. Lieber ein Leben im Gefängnis, als zu wissen, dass der Mörder meiner Jungs frei rumläuft. Herr Behlert, wir wissen bis heute noch nicht mal, ob er der Täter war. Was ist denn mit Ihrer Frau? Haben Sie mal an die gedacht? Die bleibt jetzt ganz alleine zurück. Meine Frau hätte genau dasselbe getan. Däre ich jetzt für eine Lade. Das glaube ich nicht. Da kennen Sie meine Frau schlecht. Das mag sein. Aber ich weiß, dass der Mann, den Sie erstochen haben, zur Tatzeit nicht am Tatort war. Er hat ein falsches Alibi angegeben, weil er in Wahrheit Drogen gekauft hat. Ich verstehe nicht. Ja, ganz einfach. Er war nicht am Tatort und deshalb konnte er auch nicht die Waffen entsorgen. Ja, aber seine Kumpels... Nein. Auch die haben wasserdichte Alibis. Ja, aber... Ganz einfach. Sie haben die falsche Person erstochen. Und wir müssen Sie jetzt vorläufig festnehmen. Nimmst du Herrn Behler mit. Herr Behler? Das darf doch alles nicht wahr sein, oder? Das ist doch unglaublich. Es ist unfassbar. Da wird eine komplette Familie innerhalb von zwei Tagen zerstört. Ich habe Neuigkeiten. Und zwar sehr interessante. An der einen Waffe wurden doch männliche DNA-Spuren gesichert. Ja. Und die stimmen zu 50 Prozent mit dem DNA-Muster von Lisa Helling überein. Wie bitte? Das Nachbarmädchen, das mit den Brüdern im Wald war? Genau. Ich glaube, Ihr Vater hat uns so einiges zu erklären. Männliche DNA von meiner Tochter? Nein. Männliche DNA, die zu 50 Prozent identisch ist mit der Ihrer Tochter. Was meinen Sie? Woher kommt das? Ich verstehe überhaupt nicht, wovon Sie reden. Okay. Dann erkläre ich es Ihnen. Laut DNA-Ergebnissen muss es sich um einen männlichen, nahestehenden Verwandten Ihrer Tochter handeln. Um genauer zu werden um Sie. Es muss irgendein merkwürdiger Zufall sein. Ein paar Zufälle zu viel, oder? Ihre DNA an den Waffen? Ihre Tochter zusammen mit den Jungs im Wald? Ganz ehrlich, ich glaube nicht an Zufälle. Du musst mir die Wahrheit sagen, Lisa. Wusstest du vorher schon von dem Versteck mit den Waffen im Wald? Red mit mir. Timo und Jan haben mir versprochen, dass sie mir meinen Schuh zurückgeben, wenn ich es ihnen zeige. Und das hast du dann getan? Ja. Oh Gott. Woher wusstest du von dem Versteck mit den Waffen? Das reicht. Bitte. Das ist alles meine Schuld. Warum? Ich habe meinem Mann verboten, die Waffensammlung hier im Haus aufzubewahren. Und dann hat er die Waffen im Wald versteckt. Ja. Das sind alles reine Spekulationen. Sie können mir überhaupt nichts beweisen. Doch, Herr Helling, das können wir. Ihre Frau und Ihre Tochter haben gerade gestanden. Was denn gestanden? Dass Sie die Waffen im Wald vergraben haben. Und ich bin mir sicher, dass wir hier im Haus noch weitere Beweise finden. Das dürfen Sie nicht. Glauben Sie mir. Aufgrund dieser Beweislage kriegen wir sofort einen Durchsuchungsbeschluss. Also. Mein Kollege hat recht. Wenn Sie die Tat weiterhin abstreiten, machen Sie sich nur noch unglaubwürdiger. Aber ich wollte doch nicht, dass jemand verletzt wird. Deswegen habe ich doch extra die Waffen im Wald versteckt. Das bringt einem aber herzlich wenig, wenn Sie Ihrer minderjährigen Tochter davon erzählen. Ich habe ihr nichts gesagt. Ja. Und woher wusste Sie dann von dem Versteck? Sie muss mir heimlich gefolgt sein. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe davon nichts gewusst. Bis gestern. Als Ihre Tochter nach Hause kam und erzählte, dass die Jungs die Waffen gefunden haben. Ich bin natürlich gleich raus, um Sie wegzujagen. Aber Sie... Ich war kaum aus dem Haus. Da hörte ich schon eine Explosion. Sie hätten einen Notarzt rufen müssen. Dafür war es zu spät. Stattdessen schaffen Sie die Waffen weg, damit Ihnen niemand auf die Schliche kommt, ja? Was für ein Mensch sind Sie eigentlich? Ich wollte doch nicht, dass jemand getötet wird. Glauben Sie mir, es tut mir alles so leid. Das erklären Sie mal den traurenden Eltern. Sie sind vorläufig festgenommen. Stefan Helling wurde wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoff-Explosion in Tateinheit mit zweifacher fahrlässiger Tötung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu fünf Jahren Haft verurteilt. Lars Behler wurde wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt. seine Frau hält zu ihm und besucht ihn regelmässig in der Haftanstalt.